Wo verkauft ihr denn, wie geht das? Also es ist eigentlich so, meine Frau sagt das immer ganz gut, der Patient ist ein aufrechterter Patient. Der Patient will heute wissen, was er bekommt und er will auch entscheiden können. Und natürlich ist ja auch die Aufgabe von uns Zahnärzten, den Patienten zu sagen, schau, es gibt das, das oder das.